Ich bin ja seit Beginn an Teilnehmer der Repetech hier in Erfurt und ich finde nicht nur die besondere geografische Lage, sondern auch die Aufbau der Neuorganisation der neuen Bundesländer, die ich ja noch live in meinem Berufsleben miterlebt habe, spiegelt sich hier sehr schön wieder in einer sehr modernen 3D-Druckveranstaltung und Konferenz, sodass man hier schon den Spiegel der momentan verfügbaren Firmen und Anwendungstechnologien sehr kompakt in drei Tagen zu sehen bekommt. Daraus ist ein Konferenzkongress entstanden, der sehr kompakt den aktuellen Stand der 3D-Druck-Technologie durchaus auch auf globalem Feld für den Besucher sichtbar und begreifbar macht.